Hallo meine Lieben und willkommen bei Amors Botschaft. Ja Mensch, da schauen wir auch rein. Was haben wir denn? Wow, wir haben es einander gezogen. Das ist die Führung, die wir heute haben. Ihr seid spirituell geführt, ihr seid spirituell geleitet. Für diese Botschaft, die jetzt folgt, nehme ich mir natürlich das Energiefeld der Gemeinschaft, der Community auf und versuche dann natürlich auch, euch die Botschaft zu geben, die ich sehe, die ich fühle, die ich bekomme und ich hoffe, dass ihr in Resonanz geht. Ihr könnt natürlich hier zum einen eine Bonuskarte buchen mit 5 Botschaften. Da habt ihr dann, ja, 125 Euro kostet die Karte. Dafür habt ihr 5 Botschaften. Eine einzelne Botschaft kostet 30 Euro. Und wir legen jetzt los. Die Karten sind in diesem Fall nur eine Meditations- oder Konzentrationsstütze. Und ich lege sie aus und sage euch auch gleich die Botschaft, die ich empfangen werde. Endlich, meine Liebe, möchte ich wieder in die Stabilität kommen. Ich spüre auch, dass sich meine Blockaden, meine Hindernisse, meine Hindernisse, die mich daran, ja, gehindert haben, mit dir einen Weg zu gehen, auflösen. Es zerschlägt sich, es bricht aber auch vieles zusammen. Ich bin so viele Umwege gegangen, so viele Wirrungen in mir selbst, aber auch beeinflusst durch andere. Auch dritte Personen nehmen jetzt ein Ende. Ich möchte nicht mehr von dritten Personen beeinflusst sein, unter deren Einfluss stehen, sondern möchte das Feuer der Leidenschaft mit dir lieben, lieben und leben. Ich möchte die Anziehungskraft erleben und spüren und du schenkst sie mir und genau dazu fühle ich mich hingezogen. Ich weiß auch und spüre, dass ich unsere Leidenschaft fest verankern kann und ich werde es dir sagen, auch wenn du jetzt noch nicht damit rechnest. Es war eine Botschaft, die mit ganz vielen Infos ganz schnell kam, die aber im Kern wirklich auch das aussagt, dass er sich wirklich auch selber im Weg stand, aber jetzt auch erkennt. Und er erkennt auch, falls er noch gebunden ist, dass da eine falsche Person an der Seite ist. Und das finde ich schon mal ganz, ganz, ganz mega. Ja, Amos Botschaft heute am Pfingstsonntag. Wunderbar. Du kannst dich noch für die Zeremonie des Aufstiegs registrieren bis 14 Uhr. 33% gibt es noch im Onlineshop. Letzter Tag. Und natürlich bin ich in der nächsten Woche für eure Beratungen auch da. Auch für Amos Botschaft. Bitte schreibt mir hierfür über WhatsApp. WhatsApp ist der beste Weg. Ich danke euch von Herzen und ja, fühle mich verbunden mit euch und es fühlt sich gut an. Vielen Dank. Ciao.